Ich hoffe, die Beschreibung gelber Hase passte? Also ich weiß ja nicht, zwei Ohren, die aus dem Fenster rausgelogt haben. Ich glaube, das war ein bisschen auffällig. Naja, kann ich ja nichts dafür, dass sie so ein flaches Auto hat. Ist richtig. Das hast du, ich habe einmal hier zwei vom USS, beziehungsweise Gov. Wenn du die einmal bitte zur Regierung fliegen machst. Ach, an sich, mich kann man gerne... Guten Abend. Hallo, vielen Dank, dass Sie uns mitnehmen. Wenn Sie so liebensgewürzig wären, also den Hasen könnten Sie gerne überm Casino abwerfen. Ja, guten Abend, selbstverständlich. Wollen Sie Fallschirm springen oder soll ich landen? Ach, wir können so ein Mittelding, da müssen Sie nicht so weit runter gehen. Ich klatsch dann einfach auf dem Boden auf. Ah, verstehe aber dich, dass wir dann zu Ostern keine Eier mehr haben. Na, wie meine Oma sagen würde, das ist Gehobstriege hüpft. Genau, Miau Kikariki, uhu. So, ich danke Ihnen recht freundlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Jawohl, ebenso. Tschüss. 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 Tschüss.